Ah, hier viel Applaus, ein sehr guter Unwärm. Man muss sich schüren. Wiederum ein New Star von den Unwärmungsführungen. Maxim van der Kraft und werpt für die Baugruppe Hamerskohlen. Ein Grupp die die letzten Jahre mit liberte Ausdaging machen hat. Ein voormaliger Bauwerk ist Inkelsen, Wohnheiz und Wurding. Der Tatort beslagten voriges Jahr 60er Platz. Ah, da haben wir schon wieder zwei Gefühlen an Baddüschung. Der Tatort beslagten wir immer noch mit einem neuen Bauwerk. Das ist ein Kärm, der sich um den Bauwerk zu tragen. Ein Stück Schüren. Ein Stück Schüren. Ein Stück Schüren. Ein Stück Schüren. Die Gruppe Barton, ein Applaus, ein gelieftes Schaffer von Bosnus und Bosnus und Bosnus. Wir haben einen neuen Start am Firmament der Designer. Maxim van den Graf entwürft für den Bauherr Abbausbauen. Eine Gruppe, die in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Ein ehemaliger Bauplan für den Tisch.